Vielleicht ist das heute das letzte Video vor der Geburt unseres Kindes. Auf jeden Fall ist es so, dass die letzten Vorbereitungen unserer Meinung nach getroffen sind. Wie wir ansonsten das letzte Trimester hier im Tiny House erlebt haben und was wir unter anderem auch vorbereitet haben, das erfahrt ihr jetzt. Wir sind übrigens Anja und Ilan. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf unser nächstes Familienmitglied. Und einige Dinge haben wir schon geschafft. Eine Sache noch nicht, also vorbereitungstechnisch. Das erfahrt ihr aber später, was das genau ist. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen... Fangen wir mal mit den Erfolgen an. Genau, bitte. Also ihr habt ja in dem vergangenen Video schon mitbekommen, dass wir natürlich die Klamotten schon vorsortiert haben, die Babykleidung. Wir haben die Sachen durchgewaschen. Wir haben auch gerade in Bezug auf den Tiny House Platz, der ja sehr begrenzt ist, auch angefangen, die Kleidungsstücke wieder einzurollen und erstmal in Kisten zu packen, weil man weiß ja nie genau, wann es losgeht. Und dann soll auch nicht alles wieder vollstauben. Wir haben die Kleidungsstücke jetzt auch erstmal nicht in unserer Kleiderkommode integriert, sondern in unserem Waschmaschinenschrank. Der hält jetzt erstmal dafür her und dann grooven wir uns ein. Wir zeigen euch bei Zeit, wie sich dann die Dinge auch verändern, wie das funktioniert. Aber da haben wir schon mal einen großen Haken dran. Die Hausgeburtskiste ist gepackt. Also diese Dinge sind erledigt. Ein paar Gerichte haben wir bereits auch vorgekocht. Und leider nicht in unserem Gefrierschrank, weil der zu klein ist, aber bei der Family in den großen Gefrierschrank gepackt, dass wir dann nach Bedarf einfach alle zwei Tage uns dann mal was rausholen können. Wenn man nicht jeden Tag kochen will. Ja, dass man sich so ein bisschen gegenseitig auch entlastet und Ilan nicht alle Hände voll zu tun hat. Und das wird eh schon, glaube ich, total aufregend und neu. Und neben der Arbeit und allem. Dann eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Wahrscheinlich mit die wichtigste von allen. Wir haben dadurch, dass wir oben in unserem Schlafloft ja zusammenschlafen werden, überlegt oder waren uns relativ schnell einig, dass wir aufgrund der niedrigen Mauern auf jeden Fall einen Sturzschutz integrieren müssen. Wir haben Netze auf Maß bestellt, damit unser Kind nicht hier runterfallen kann. Und diese möchten wir heute anbringen. So sieht das eine Netz aus für diese Seite. Das habe ich hier verstaut. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das andere Netz ist, aber das werde ich sicherlich auch gleich finden. Ich glaube, hier vorne drin. Genau, und zwar machen wir das wie folgt. Ich brauche noch einen Karabiner. Wir haben also einmal diesen Karabinerhaken bestellt, den wir dann hier befestigen wollen. So. Okay, ganz simpel, ne? Und mal gucken, ob das dann passt, auch von der Spannung, weil uns war es halt wichtig, dass hier ordentlich Spannung drauf ist, dass es auch von, ja, dass es stabil ist und natürlich auch besser aussieht irgendwie. Also jedenfalls sieht es für uns, wir finden das irgendwie schöner, wenn hier, wenn das Netz schön gespannt ist. Ich mache jetzt erstmal die Äußersten fest, dachte ich, ne? Rechts und links. Also, das kannst du dich anhängen. So, wie ist denn dein Zwischenstand hier? Ja, anders als erwartet, ne? Also irgendwie kommen wir nicht so auf Spannung, wie wir wollten, beziehungsweise die Punkte, die wir uns vorgestellt haben, die Befestigungspunkte, sind jetzt etwas anders geworden, auch da auf der linken Seite. Aber wir haben ja auch erstmal nur oben befestigt, ne? Wir haben erstmal nur oben befestigt, aber wir wollen ja hier auch an den Seiten irgendwie noch rein, weil hier sitzt der Balken. Also rein geht super schnell und raus, finde ich, ist ein bisschen frickelig, aber gut, das wird sich dann im Alltag noch zeigen. Wenn einmal so weit ist, dann geht's. Okay, so geht's. Aber sieht doch schon mal ganz gut aus. Sieht gut aus. Einfach, dass wir es tagsüber dann entfernen, das heißt, die oberen Haken werden abgemacht und dann lassen wir es hier unten irgendwie hinter der Wand liegen, so dass man es nicht sieht. Und für die Nacht können wir es dann hier wieder oben einhaken. Das ist ja wie ein Spieleparadies hier. Richtige Höhle. Ja? Stimmt, hat was, ne? Ich fände es als Kind, glaube ich, richtig cool, hier oben zu spielen. Ja, das geht dann auch, wenn wir das hier ordentlich gesichert haben. Einmal das. Und einmal das hier. Ach, hier ist doch schon eine Spannung, wirst du? So. Aber das kriegst du ja gut eingehangen, ne? Das krieg ich gut eingehangen. Und das haben wir jetzt natürlich absichtlich offengelassen, weil wir dann hier in der Innenseite noch einen Haken unten, einen Haken oben befestigen wollen. Also auf jeden Fall schon mal zwei Haken, dass wir das dann hier so rumziehen. Das ist hier die Logamatte. Ich bin eh sehr nah dran mit der Kamera. Also dass wir dann quasi das hier so schließen. Hier haben wir nur an der Wand noch einen Karabinerhaken, beziehungsweise einen Befestigungspunkt. Und ansonsten hier und hier. Und dann auch immer unten hier in der Bodenplatte unseres Schlaflofts. Auch noch, beziehungsweise hier fehlt, glaube ich, noch einer. Aber den können wir auch noch anbringen. Das Wichtige ist uns jetzt erstmal, dass wir schon mal ein Netz haben, welches man so schon mal anbringen kann. Das sieht wirklich nicht schlimm aus. Das ist gar nicht so störend visuell. So sieht das dann aus. Nein. Und das ist das, was die Anja vorhin meinte mit der Spannung. Dass wenn das Kind sich hier hochzieht, das kann es auch. Das ist schon ziemlich stabil. Aber dass wir hier unten nochmal auf Spannung gehen, also hier am Boden nochmal was befestigen. Auf jeden Fall. Ja. Das machen wir noch. Vielen Dank für die Vorführung. Man kann es nicht so gut erkennen, aber... Okay. Langfristig, sobald das Kind sich dann aber auch wirklich bewegt und anfängt, sich hochzuziehen, reicht das von den Befestigungspunkten auf jeden Fall noch nicht aus. Das haben wir auch gemerkt. Wir möchten es gerne final dann komplett auf Spannung bringen und da werden wir auf jeden Fall noch ein paar Ankerpunkte dann setzen, jetzt für den Anfang ist das, glaube ich, mehr als ausreichend und das wird, glaube ich, ganz gut funktionieren. Und dann schauen wir weiter. Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch schon zum letzten Thema, wie es mir so geht im dritten Trimester. Also es heizt sich im Moment wirklich enorm auf. Vormittags geht es. Wir haben unseren Rhythmus auf jeden Fall der Sonne angepasst. Wir stehen viel, viel früher auf, sonst kriegt man kaum noch was geschafft. Auch unsere Laptops funktionieren irgendwie ab Mittag, Nachmittag nicht mehr. Die laufen einfach nur heiß und man selber kann auch nicht mehr klar denken. Mit Kühlpacks laufen die. So gerade, ja. Aber wir sind auch schon zwei, drei Tage mal ausgeflogen. Also nicht zum Schlafen, aber tagsüber, um überhaupt arbeiten zu können. Das funktioniert sonst nicht. Ansonsten, in Bezug auf die Schwangerschaft geht es ganz gut. Ich glaube, dass alle mit den Temperaturen kämpfen und wir lieben es auch eigentlich. Aber wir wünschen uns natürlich auch einfach einen kühlen Ort, wo man sich mal kurz akklimatisieren kann. Worst case fahren wir dann mal kurz in den Supermarkt und kühlen uns runter. Eine super gute Idee. Im Auto auch, ne? Im Auto auch klasse. Ansonsten geht es mir energetisch ganz gut. Ganz gut, ne? Gerade auch zum Schluss. Jetzt kommt natürlich auch die Vorfreude und man spürt es ja auch so viel. Und ja, wir sind einfach total gespannt zwischen Aufregung, Vorfreude und allem, was da so an Emotionen zusammenkommt. Ja, läuft es einfach super. Was vielleicht noch spannend ist, auch in Bezug auf das Tiny House, ist die Frage, wie das mit dem Treppenauf- und Absteigen in unser Schlafzimmer funktioniert hat. Und ich bin überrascht, wie gut das funktioniert. Also wir machen auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag noch zusammen ein bisschen Sport, ein bisschen Yoga, ein bisschen Workout, um alles auch zu stärken und zu kräftigen. Und das hilft mir auf jeden Fall sehr, auch nachts dann oder tagsüber mehrmals die Treppen rauf- und runterzugehen ins Schlafloft. Inzwischen können wir die ja auch blind laufen. Du läufst sie ja auch wirklich blind, ne? Ich weiß genau, wo ich mich festhalte. Und selbst wenn ich im Halbschlaf bin, das ist alles gar kein Problem. Das ist schon beeindruckend, wie du das machst, muss ich schon sagen. Bereit für die Demonstration? Ja, jetzt hätten wir, was du kannst. Okay, also sehr unkompliziert. Wir laufen einfach hier hoch. Zack, zack, zack. Und dann bin ich schon oben. Und wenn ich dann morgens aufstehe oder nachts mal kurz wohin muss, dann rutsche ich immer hier hin, setze mich kurz und dann kann ich mich wunderbar festhalten. Durch die Holzbalken ist es auch total entspannt. Dann greife ich meine Hand in den Türrahmen vom Badezimmer und kann mich dann hier festhalten und kann schlafend oder wach hier wirklich blind runterlaufen. Und das ist mega entspannt. Du machst es ja wirklich in der Dunkelheit dann, ne? Ja. Und am Anfang hat Ilan immer noch dann das Handy genommen und wollte mir leuchten und ich immer, Liebling, ist so grell, was machst du da? Ich brauche kein Licht. Und er so, doch, ich muss dir ein Licht bauen. Nein, aber das funktioniert wirklich tippitoppi. Nur das Aufstehen, das muss man schon auch sagen. Also ich kugel mich dann so ein bisschen auf die Seite und bin froh um die Deckenbalken, weil ich mich dann so halb ein bisschen mit hochziehe. Also so das Aufstehen, wenn die Blase voll ist und das Kind drin ist, das ist dann schon auch manchmal nicht ganz so angenehm. Aber es funktioniert. Also es ist alles machbar. Da merkt man mal wieder, ja, dass man am Anfang gedacht hat, oh, das könnte sehr kompliziert sein. Ich muss vielleicht im Wohnzimmer schlafen und dabei ist es alles machbar. Ich meine, jede Schwangerschaft ist auch anders. Wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn die Klimaanlage mal langsam installiert ist. Das war ja wirklich nochmal ein Drama und ein Hin und Her. Leider. Bis jetzt. Also wir hatten halt eben, es fehlten uns oder es fehlen uns nach wie vor zwei Teile, die uns eben dann auch daran hindern, die Klimaanlage letztendlich hier an diese Wand zu bringen. Deshalb steht sie hier im Raum und das jetzt schon seit fast drei Wochen, würde ich sagen. Ja. Also im Grunde ist es nur ein Kondenswasserschlauch, den bekommt man überall, aber diese Wanddurchführung, das ist so eine Hülse, so eine Kunststoffhülse. Ja und die gab es halt nicht klassischerweise in irgendeinem Baumarkt, beziehungsweise den Durchmesser, den wir brauchten, den gab es dann nicht. Und über den Hersteller war es total schwierig, weil in Italien jetzt auch Hochsaison ist. Und es ist einfach sehr, sehr viel telefonieren, E-Mail schreiben und einfach hoffen und Druck machen, dass die Ersatzteile endlich ankommen. Ja. Und jetzt drückt uns bitte, bitte, bitte alle die Daumen, dass sie jetzt ganz schnell ankommen. Also es soll jetzt postalisch auf dem Weg sein. Ja. Und dass das Baby nicht vorher kommen will, sondern bitte erst, wenn es da oben liegt. Haben wir aber eigentlich schon besprochen. Wir haben das kommuniziert und das wird auch alles, das wird alles passen. Das wird bestimmt passen und genau, das ist im Grunde das, was wir nicht vorbereiten konnten, was hier schon die ganze Zeit wartet. Aber dieses Problem werden wir sicherlich dann auch kommende Woche aus dem Weg geschafft haben. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir wissen halt nicht, ob das jetzt das letzte Video ist vor der Geburt. Daher, ja. Wir versuchen das aber zumindest so zu machen, wenn das Kind da sein sollte, dass du dann vielleicht über diese Community-Funktion, über unseren Kanal zumindest eine kurze Info schickst. Das mache ich. Und reinschreibst. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr länger als zwei Wochen nichts von uns hört. Wir sind ja im Moment so in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus. Dann schaut gerne mal in diesem Community-Bereich vorbei. Da versuchen wir dann dran zu denken, dass wir euch eine kurze Info schicken und wir dann vollständig sind. Und wie es dann weitergeht und wann es dann weitergeht, können wir noch nicht sagen. Wollen wir auch noch gar nicht sagen, weil wir einfach nicht wissen, wie die neue Situation dann aussehen wird. Aber wir melden uns auf jeden Fall bei euch. Drückt uns die Daumen. Ja, danke für euer Verständnis, dass jetzt auch dann erstmal ein Päuschen folgt. Wie gesagt, vielleicht gibt es noch ein Video. Vielleicht kommt jetzt erstmal die Pause. Wir bleiben da ganz spontan. Weiterhin gute Abkühlung. Ja. Das wollte ich noch sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kühlt euch ab. Und alles Gute für euch. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung bis hierhin. Die lieben Kommentare immer. Also wir wissen das sehr zu schätzen und freuen uns natürlich immer, wenn ihr bald wieder einschaltet und wir dann euch bald wieder ein Video liefern können. Und bis dahin, ja, alles Gute. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018